Hey Leute, heute bin ich als Notarzt unterwegs, um Notruf Hamburg wieder zu retten, denn ohne Loco kommt die Stadt ja gar nicht klar hier, die sind ja völlig überfordert, Leute, und wir brauchen wieder ein bisschen Cash, Cash, Cash für den Bugatti, 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 und ja, wir sehen uns gleich, wenn ich auf den öffentlichen Server hoppe, aber jetzt muss ich ja auch den Job gleich annehmen, aber bevor ich das alles tue, Leute, erstmal Kuss an jeden, der schon abonniert hat, und du da hinten, Ich seh das, abonniere meinen Kanal, jetzt natürlich viel Spaß beim Video, so Leute, hier nehme ich erstmal den Job an, oh, what the hell, Leute, habt ihr das gesehen, oh man, erstmal hier schön, können wir eigentlich schon ein neues Auto nehmen, 6500, fast können wir uns den Audi holen, Leute, bisschen noch, und dann easy, ich hör da schon, ich schieße, oh, Leute, ah, nee, wir füllen erstmal noch auf, So Leute, Lukas hat einen medizinischen Notfall, wir müssen direkt los, was ist er anscheinend schon gerettet, oder liegt er auf dem Dach, Leute, so what, er hat wahrscheinlich verlassen, oder er liegt auf dem Dach, okay, Leute, weiter geht's, aber wir können gerade tanken, ja, der Tank ist fast voll, aber ich glaube, wir fahren jetzt mit zum ADAC, Leute, ich hab's nicht geschafft, oh man, okay, Leute, some guy ist mein Retter, ich sag, Auto kaputt, er sagt, oh, und ab geht's, Zum Krankenhaus, Leute, okay, ab geht's, ab geht's, ab geht's, oh, nee, Schicht wollte ich gar nicht beenden, oh Gott, oh, nur neues Auto, mit dem ich da hinkomme, Das gibt so viele Notfälle, wir fahren einfach mal zum letzten, Wollt ihr sich ein eigenes Auto oder wollt ihr mitkommen, Samgai? Das habe ich gar nicht gesehen. Er ist nicht hier. Okay. Ich gebe gleich einfach meinen Standort raus, Leute. Das ist so übertrieben laut. Ich verstehe das echt nicht. Wir bremsen mal. Da stand ja auch jemand. Wir haben ja beim letzten Mal einen Notarzt, das ist auch schon so ewig her, rausgefunden, dass wir einfach mal Leute rangehen sollen. Hallo? Ja, guck mal. Hier, du brauchst doch was. Bleib doch stehen. Oh, was soll das denn? Ey! Kann nicht. Pech! Ich will die Hand schon. Also, das ist ja wohl sehr dämlich, Leute. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Jemand, der Gratisheilung verweigert, wo der Notarzt sogar unangekündigt zu ihm kommt. Aber gut. Pech für ihn. Schlecht für mich. Beides doof. Oh, wir müssen auch unbedingt zum ADAC. Oh, kann ich eigentlich hier langfahren? Okay, komm ab zum ADAC kurz jetzt. Aber wirklich. Da sind wir schon. Oh, ich hasse dieses... Hier schießt jemand. Das ist perfekt. Raus! Ich muss hier auch kurz rein. Und schnell weg. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Schießt. Herr Officer. Herr Officer. Sie brauchen eine Bluttransfusion. Herr Mostafa. Mostafa? Mostafa? Irgendwie ist das mit O geschrieben? Wer ist das mit O geschrieben? Mostafa? Guckst du den gerne noch? Okay, das ist nur mit O. Also, mit Ihnen der Herr. Auch Sie können eine Bluttransfusion vertragen. Jetzt fahr nicht weg. Was ist hier so lange drin? Was ist mit Ihnen der Herr? Auch Sie können eine Bluttransfusion vertragen. Ah, ich habe Angst gehabt, dass Sie wegfahren. Nein, nein, nein. Okay. Bluttransfusionen wurden weitergeleitet. Wir fahren. Das ist wahrscheinlich sein Auto, werde ich mal so. Kurz vermuten. Wir haben nur noch fünf. Es wäre so cool, wenn man das im Krankenhaus auch auffüllen könnte, ne? Aber nein. Oh, Notruf. Arzt. Ich komme. Ich komme. Boah, ja, ich bin ja gar kein SEK, aber trotzdem haben die Alarmglocken bei mir auch im Kopf geläutet, als ich das eben gehört habe, dass die Tankstelle ausgeraubt wird. Direkt rein. Das war bestimmt ein SEK-Cop oder ein Undercover-Cop. Ich komme. Und hier stehen bleiben. Vollgas um die Ecke. Some guy, nein. Nein, some guy. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen ihn retten. Wir müssen ihn retten. Wir müssen ihn retten. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, Leute. Ich habe es so gefettfigert. Es tut mir leid, some guy, wenn du das siehst. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, das war die bessere Alternative. Ich hasse diesen Bug. So, jetzt aber. Wir sind schon gefickt. Jetzt glaube ich. Aber ich gehe trotzdem gucken. Das ist halt doch direkt hier um die Ecke, ne? Da fährt er weg. Oder hat der some guy noch drin? Keine. Nee. Nein. Wie kommt man jetzt eigentlich auch easy wieder drauf, ne? Kann man ja richtig ums Gefängnis rumfahren hier. Gut. Ja, some guy. War schlecht doof gelaufen. So, wir gucken mal weiter. Voll gegen die Laterne gefahren. Da vorne ist ein Polizist. Bleib stehen. Du suchst die Bank. Wurde freigelassen. Lol. So, wir wurden gar nicht verhaftet, Leute. Ist doch nicht doof gelaufen. Aber hier sind so viele Menschen. Ich gebe ihm eine Bluttransfusion. 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 Guck mal, die Leute. Die wollen das so. Diese Reaktion erwarte ich normalerweise, wenn ich hier mit Bluttransfusion stehe, die für sie komplett gratis sind. Kein Thema, Brä. Kein Thema, Brä. Kein Thema, Brä. Hier, du bist auch. Hier, Brä. Brä, 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 Brä. Ey, Brä. So, auch du hast eine gekriegt, Bruni. Weiter geht's. Brudi, Brudi, Brudi. Ey, du kriegst auch eine. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Bitte bleiben Sie stehen. Bitte bleiben Sie stehen. Bitte bleiben Sie stehen. So. Jetzt helfen wir hier auch. So, und du musst. Hast du schon eine gekriegt? Du hast schon eine. Oh, ich hab auch gar keine mehr. Ab zum. Ja, ist ja kein Krankenhaus, ne. Ab zum, zum, zum Medizinzentrum, Leute. Wieder fresh aufgefüllt. Fresh, 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 Leute. Gott, schon fast 100 XP. Was ist das denn gemacht? Ey. Ich dachte schon, ich komme doch nicht raus, Leute. Guckt euch mein heutiges Short an. Oder gestern, besser gesagt. Ihr seht das hier morgen. Ne, übermorgen, Leute. Von vorgestern. Mit dem LKW auf jeden Fall. Some guy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Erstmal kriegst du eine Bluttransfusion. Komm. Die, 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 die. Komm mit. Komm. Bin dein Notarzt. Heute sind wir bei Rollentausch, Leute. So, wir gehen mal jetzt, äh, krimineller Notarzt machen. Äh, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, Leute. Heute mit some guy. Äh, was macht ihr da, Leute? Hallo. Guten Tag. Was ist mit Ihnen? die leute ja was willst du ausrauben so sind schneller als der der die 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 das tut alles klar leute Ab geht's zum Tooljob. Gub in the Candy Shop. This Lollipop. Easy, Leute. Auch hierfür findet direkt jemand gefallen. Ach, Mann. Okay, weiter geht's. Oh, ganz böse geendet hier, Leute. Aber wir fahren jetzt zum Tooljob. Wir sehen uns da. Und da sind wir auch beim Tooljob. So, Leute. Er soll eine kleine Barrikade verrichten hier. Und direkt den Einstieg ermöglichen. Bumm, Leute. Fit money over where. Fit money over where. Fit money over where. Fit money over where. Oh, yeah, Leute. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Some guy, der wird robt die Kassen aus. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Da liegt noch was. Oh, Polizier, Polizier, Polizier. Polizier, 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 Polizier. Polizier, 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 Polizier. Wir haben gar nichts gecheckt, Leute. Wir haben absolut gar nichts gecheckt. Easy. Ossu-Tankstelle. 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 Wir fahren noch einmal kurz ADAC und dann Ossu. Äh, Planänderung nicht. Ossu, wir fahren Farmshop. Liegt ja auch direkt auf dem Weg. Din, 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 din. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin stärker, aber... Ich hab mir wohl falsch gedacht. Din, 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 din. Oh yeah, oh yeah. Ich komm hier oben hin und dann mach ich den hier, Leute. Din, 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 din. Ach ja. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Polizia, Polizia. Polizia, Polizia. Polizia, 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 Polizia. verfolgt doch das ist doch eine frau drin das ist doch eine frau dritte aber verfolgt er uns der fischkopf ist mir ruhe nein lass mich doch in frieden die 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 ich glaube die rs4 sogar schneller als sein wagen i guess i hope and finally i know okay 140 round split er denkt er muss dasselbe machen Ich fahre aber eigentlich schon geradeaus. Ich fahre hier aber auch geradeaus. Ich fahre hier lang. Keine Ahnung, ob er uns überhaupt noch verfolgen konnte, Leute. Auf jeden Fall. Ich glaube aber irgendwie nicht. Din, 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 din. Oh. Das war knapp. Oh Gott, das war richtig knapp. Oh, ja, jawohl. Jawohl, ja. Jawohl, Juwe. Er sagt einfach, weiter geht's. Abgehängt und weiter geht's. Oh, es wird rot. Es wird rot. Juwe, wären wir ja eh rausgekommen. Hätte ich dich eh... Oh, Polizia wartet ja schon. Ja, da, schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Oh, ich will da. Wo ist der Guy? Oh mein Gott, Leute. Kurz gerettet, kurz gesneafed. Kriegt er erstmal Bluttransfusion. Kriegt er erstmal Infusion. Und hat jetzt aus Entfernung schön entspannt. Oh mein Gott, da kommt ein blaues Auto. Ich weiß nicht, ob der eventuell auch kriminell ist. Äh, Polizist ist. Aber... Wir konnten ihn auf jeden Fall ganz gut auffrischen. Polizist kommt. Zu Not. Ich verstecke mich schon mal im Auto. Zu Not. Ich verstecke mich im Auto. Oh no. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Niemand bekommt uns, Leute. Niemand. Nicht mal die Schisse machen uns was aus. Buff. Teeh. Loser. Teeh. Nein, Leute. Spaß. Ach man. Hä? Mein Auto ist kaputt. Oh ja, Gott. Das ist nicht so tragisch. Da kannst du dich doch an den rächen. Der... Der war's. Oh. Polizia. Hinter uns. Polizia. 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 Wir fahren. Polizia. 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 Ja, Leute. Die müssen selber noch mal warten. Und jetzt Trick 17. Teeh. Leute. Das ist echt urkomisch. Also wirklich. Das ist fast lächerlich. Das ist also... Ich bin heute so gut. Sollen wir auf dem Dach... Hm. Ne. Dach ist langweilig. Wir schon rumcruisen oder die abziehen. Wir fahren jetzt mal Juve. Ne. Passt. Schon. Raum. Weiter. Aus. Schnellweg. Hey. Unfair. 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 Oh no. gnini nie nini ja li 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 Ich bin eigentlich nur in einem pures Chaos. Was? Bomben? Oh Leute! Egal. Ah ok. Keine Bomben. Jetzt habe ich gesagt, ich kaufe kurz Container aus. Aber dann sag ich kurz Bomben. Was ist der nächste Dealer? Der nächste Dealer? Der nächste Dealer Leute. Wir brauchen einen Dealer. Wir sehen uns beim Dealer. Oh Gott. Der hat sich in eine Falle begeben. Wie kommt er da raus? Ein episches Battle Leute. Episches Battle. Ok 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 ok. One one one. Kleinen Samgai. Ich kann halt hier eh nicht reinfahren. Also kann ich nur zugucken. Erledige ihn Samgai. Hast du nur die Sniper? Was auch immer für so... Jawoll! Jawoll! Easy. 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 Squeezy. Easy. 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 Squeezy. Hey. Verballert doch nicht deine Kekse. Bist du doof? Ich krieg doch XP dafür, dass ich dich heile. Was soll das denn jetzt? Was ist jetzt? Hehehe. Bandage und eine Blut Transfusion, so dass er nicht mehr so lange Toilette Folie Poli Poliiiizia oh schnell wakech Hehehe h� Leute, von heute, oh Gott, das Auto ist fast kaputt, ich glaube der ist stehen geblieben sogar, der hat uns gar nicht weiter verfolgt, dachte kurz, die gar nicht so ein Ausweichmanöver machen müssen, vielleicht zählt es sogar gut, ich komme aber nicht so um die Kurve, nee, mir gefällt das nicht, ich wollte es gerade loben, das Auto kann man nicht lackieren, das wäre irgendwie funny. Oh, da hinten kommt Polizia, Polizia, ich kann meinen Job gar nicht nachgehen, wegen der Polizia, her, mir her und wir schaffen das, Leute, wir flüchten, oh mein Gott, oder some guy landet im Knast, eins vorbei, oder ich bringe ihn um, das kann natürlich auch sein, normaler, der andere kommt wieder hoch, ohne dass er Geld verliert, das ist die Hauptsache, Leute, ist quasi ein Timer, durch die Bluttransfusion kriegt der Leben immer zugesetzt und steht dadurch ist hier gerade wie raus, ich habe gar nicht rausgesprungen Oh Gott, ja, ich verstehe, da bin ich aber sowas von rechtzeitig gekommen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Haben wir noch verfolgt? Ja, ich wusste es, der Porsche Porsche verfolgt uns Eieiei, Leute, okay, Vollgas, 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 der Porsche ist der einzige, der uns noch trappen könnte Aber da war ein Police, leider, ihr habt das gar nicht gesehen Also, ich habe nur mitgekriegt, dass jemand rausgesprungen ist, weil es so schnell weg Vielleicht, wir fahren eigentlich nochmal auf ganz entspannt zum Juve Oh no Oh no Oh hallo Rammt der mich da gerade bei sich? Ich glaube, der rammt Lol, Leute Seht ihr das? Und deswegen ist es auch so egal Ja, Leute, guck mal, ich kann den voll beeinflussen Alter, ich habe das Ich habe die Physik gecheckt, Leute Ich habe es endlich gerafft, wie das klappt Okay, krass, krass, krass Also, er hat auf jeden Fall einen Delay Er kämpft quasi mit meinem Vergangenheitsauto Und wenn ihr eben gesehen habt, wenn ich nach links gefahren bin Hat mein Vergangenheitsauto ihn auch übel gerammt Also, bloß dadurch, dass das Auto nicht existiert Ist der Widerstand für das Auto, also für sein Porsche Wie eine Wand einfach, wie so eine unendliche Wand Ähm Ja Jetzt haben wir das Auto, war da Wir fahren noch zum Autohändler kurz Aber der Porsche verfolgt uns immer noch kritisch Kritisch, Leute Kritisch Jetzt einfach wieder hinter uns, besser gesagt Oh Mann, ey Ähm, ja, Abkürzung hinter der Wand und so Maybe we try A little bit Wenn wir jetzt gerade so noch verfolgt werden Zum Abschied Das war so eine richtige Ich war hier, äh, Fluchtfahrer Fluchtfahrer als Notarzt, Alter Boah, Leute Fuhle kann der Gas geben Fuhle kann der Gas geben Hier wieder links Und dann fahre ich Wurz in der Hoffnung hier rein Und der sieht hoffentlich nicht, ob ich oben oder unten reingefahren bin Ich trick's den auf jeden Fall aus Indem ich wieder hochfahre Runterfahre Er hat das gar nicht mitgekriegt Er hat das gar nicht mitgekriegt Aber der Porsche ist wieder da, hab ich gesehen Der Porsche ist wieder da Oh, hat er Glück gehabt Da hat er Glück gehabt Da hat er Glück gehabt Danke für's Anschieben Du hast mir sogar geholfen Oh, Leute Ich will die Folge eigentlich spenden Aber jetzt ist hier noch eine unendliche Verfolgungsjagd Weil die Typen nicht aufgeben wollen Das ist ja heftig Verfolgt die uns jetzt auch? Hoffentlich Nee Ich weiß nicht, ob sie es noch geschafft haben Falls doch Aber kurz switchen Genau Tschüss Ah, er war zu schnell, Leute Du bist Fake, schreibt jemand Ja, Leute Ich bin kein Fake Ich hab noch nie ein Fake von mir gesehen Schickt mir gerne mal einen Falls ihr mir einen seht Leute, 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 Leute Ich weiß gar nicht mehr, was ich doch machen soll gerade Ich kann einfach hier nur im Kreis fahren Aber das bringt ja auch nur begrenzt etwas Jetzt sollten wir den Porsche aber los geworden sein So, Leute So, Leute Jetzt meinen neuen Discord-Channel, Leute Extra erstellt Richtig cool Feiert ihn gerne ab Checkt ihn gerne mal aus Und Vergesst natürlich nicht Loco Zu abonnieren, Leute Und ich Wir sehen uns im nächsten Video Tschüss Tschüss Und Kuss geht raus An Subguy, Leute Tschau, Tschau